So, jetzt sind wir hier gelandet an der Station hier bei den Piraten. Wir sind nämlich hier auf... Ach du, nur meine Sternkarte. Also, wir sind auf Crete. Mal gucken, was ist hier so erwartet. Mal hier das hier analysieren. Mhm. Da gibt's was. Silber, hey. Mal hier. Eisen. Noch irgendwas? Alles gut. Trilobit. Trilobit. Einstellung, wachst du. Noch irgendwas Schönes hier. Blei. Blei. Ja. Silber. Da bist du. Wachst du ab? Wo haust du denn was? Ich will dich töten. Schau mal hier. Noch mehr. Blei. Silber. Nochmal Eisen. Nochmal Blei. Na ja. Hier findet man auch schöne Sachen. Nochmal bin ich mir hier. Ich bin das. Hasein zugefügt, okay. 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 Hallo? Hasein zugefügt, okay. Hasein. 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 Tankverpackung. Der Hammer. Thermoflasche. Hasein. 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 Interessant, was es hier alles gibt. Oh, hier liegt eine Leiche. Erschütternd. Laserpistole, okay. Cool. Okay, schon viel Scheiße, was man mitnehmen kann. Was ist hier passiert? Oh, das ist so schrecklich, was du gesagt hast. Ja? Ja. Robin hat gesagt, dass du ihn mitnehmen kannst. Ja. Ja, ja, ich lade viel mit. Ja, ja, ich lade viel mit. Noch mehr? Junge, Junge. Was wollen die denn von mir? Obwohl, ich bin ja bei Ihnen in der Basis ein, die brauchen alle von daher. Kartenset. Aha. Baby ist eine Sandwich. Das hängt gut. Ich wollte jetzt eigentlich nicht mitnehmen, aber... Mal hier. Oh, man tut sich mit um 280. Naja. Hier. Aha. Hm, was ist hier? Toilette. Okay Hm, nochmal hier Keine Ahnung Neh, Marvin Oh man, that was the best Classic good night in common Mhmm, Estesia One more time Oh, what's that? Tartendeck, hm? Hm, hm Gibt's auch viel vom Wert, ja? Ich weiß auch bloß nicht, ob das Bett schlafen Ich kann nicht, aber auch Auf der kleinen Stadt kann ich auch schlafen Naja Nö, 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 nö Auch nix Haben wir hier was? Stift Edwi Boah Das war auch interessant, das nehmen wir mit Wert 280 Rogenbrot Mhmm Naja, ich trage zu viel Palauber Hier, hallo Was ist das denn? Oh, 240 Na ja Eine, das über 200 ist, nehmen wir mit 55, 140 Your insistence on carrying so many things is reducing our travel speed Ja, ja An aber unsere Reisegeschwindigkeit, ja, ja Waffenständer, ne, ja Aber ich kann mich noch bewegen Äh, genau, ja Splittermine Ja, ja Das war einfach Die Familie hat vacatiert in diesem Ort. Die Beine haben alles. Verlassen. Mikroskop, cool. Chemikord Schutzanzug. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Wir haben sie verloren. Wo ist denn? Was ist denn mit dem Bett? Ich bin seit diesem Blick. Ich kann jetzt nicht verstehen, aber ich hab das Geht. Ich bin jetzt mit dem Bett. Komm her. Pistole, ja. Nichts over her. Let's do this! Head it! Wo ist er denn hin? Wo ist das irgendetwas? Okay. Immer ein blaues Artefektchen. Oder auch was es auch immer ist. Erste Hilfe Kit, naja. Na ja, Waffen, Waffen sehen immer gut aus. Da gibt's auch viele Scheiß. Dann kann hier auch wirklich fest alles mitnehmen. Papiertaschentücher, ich weiß noch nicht, wovie ich... Uh, Labor. Mhm. Verbände... Lichtmittel und Fasern, okay. Okay. Okay, natürlich. Hab ich hier irgendwie Sachen noch gefunden? Kann ich noch irgendwas anders machen? Hm, hm. Membran, Struktur und Hasselige sehen wir euch dafür, okay? Marker, was ist das hier? Fläschchen. Haben wir leider nicht hier. Schade. Was ist das hier? Was ist das hier? Mhm, hm, 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 hm. Nein, noch nix drinne. Oh, hier liegt noch einer. Minipick. Oh, naja. Minipack sind immer gut. Nix drinne. Nix drinne. Nix drinne. Nix drinne. Auch nix drin. Mhm. Ha, 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 ha. Hallo? Ja, noch einer hier. Der oben ist wahrscheinlich fast tot sein. Äh, nein. Take him down! Take him nicht down! I am capable of carrying additional supplies, if necessary. Ha! ausgedrückt das war jetzt war mein plan ja eigentlich marka schade kann ich mal durch dann kommt die dritte hier bingo und das bleibt ja beim ersten mal ich meine ja krieg also zwei pferscheher thermoparasiten natürlich gleich noch mal das geht natürlich nicht so credit und medipack naja und ein häufchen erde noch mal hier noch mal credits später miene naja wir haben bald hier reich ein reicher mannwelt das ist eine erste mission hier oder nicht mal mission das ist ja hier nur haupt story aber ich weiß noch nicht mal was da noch alles wie teuer hier alles weiter geht's wo menschen co2 wird ganz schön rot ah ich bin halt voll die laden das ist ja nicht immer die macht credits die terugzet noch mehr credits Wie viel gibt es denn hier drin? 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 Öffne das Statusmenü, mach ich. Verstauchung, aha. Okay. Meine Verstauchung scheint ja nicht so schlimm zu sein. Bin ich jetzt da eigentlich irgendwo hinreisen, oder? Also ich kann nicht schnell reisen, naja. Somit müssen wir natürlich erstmal nach Hause. Was haben wir eigentlich alles mitgenommen? Also mal gucken, Inventar. Wir haben Waffen, einen Cutter, ja. E.ON, mhm. Nehmen wir mal mit rein. Ne Grendel, oh. Sieht auch ganz gut aus. Maelstrom, Hatter, Rettungsachse, aha. Uh. Hier sieht natürlich besser aus. Die nehmen wir natürlich. Und ich hab keine Ahnung, was das ist. Und jetzt hier zierte Maelstrom. Ah ja, sieht doch ganz gut aus. Anzüge, Anzüge, Piraten. Was haben wir hier? Luftbasiert, Strahlung, 30,50, Energie, mhm. Eigentlich nicht so. Robuster Stern war bei mir im Rucksack. Den nehmen wir. Süßes Verschauen. Outfits. Nicht ausgerüstes Schlittermine, naja. Hilfe, Notizen, Ressourcen. Na ja. Mal gucken, was wir hier alles mithaben. Okay, sieht gut aus. Dann haben wir eine modifizierte Maelstrom. Oh. Okay. Und das hier. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Und die hier. Okay. Top. Ja. Mal gucken, was das noch alles uns bringt. Also bis zum nächsten Mal. introductions. Tschüss.